Willkommen an diesem wundervollen Morgen im Juni. Es ist der 17. Juni und es ist Otaku World. Und wie ihr sehen könnt, bin ich heute alleine im Auto. Es war so kurz davor, dass ich sogar alleine hätte fahren müssen, aber ich hole jetzt gleich noch jemanden ab. Keine Ahnung, ob die Person im Video sein will oder nicht, wenn nicht ein bisschen mit mir alleine Vorlieb nehmen. Aber ich habe einfach mal Lust, wieder einen Vlog zu drehen. Das ist ewig her. Das Ganze wird mit dem Handy gefilmt, also entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen wackeliger liegt. Nicht ganz so qualitativ hochwertig ist, aber eigentlich müsste es keinen Unterschied machen. Gut, ich bin jetzt im Auto, es ist Viertel nach zwölf. Ich muss mir jetzt noch ganz schnell was zu essen holen. Und dann hole ich meine Person ab, die dann hier sitzen wird. Aber wir sehen dann, wie es wird. Okay, macht's gut. Hi guys! Wir sind jetzt endlich angekommen nach 100.000 Stunden des schrecklichen Erfahrens. Ja, und wir gehen jetzt mal rein und schauen mal, was los ist. Und ja, meine Person, die ich vorhin angesprochen habe, möchte nicht ins Video. Also werdet ihr heute mit meiner Visage klarkommen müssen. Mein Beileid. Das mit den Stempeln ist neu. Das mit den Stempeln ist neu. Das war's für heute. 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 Alle Freunde, da hätten sich Menschen. Wir warten, bis die Menschen weg sind. Jetzt haben wir gerade ein paar Bilder gemacht. Schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei, weil die anderen sind ja nicht dabei. Deswegen kann ich Werbung für meinen Instagram-Kanal machen. Also schaut da vorbei. Und ja. Um 15 Uhr passiert irgendwas im großen Saal. Da können wir mal hingehen. Ich merke, die ganze Zeit ist es so schlimm. Ich war alleine. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Weil es ist doch ein bisschen zu warm. Ach. Ach. Zu warm. Ich wurde vorgewarnt. Für eine Stunde hab ich's durchgehalten. Ein wunderschöner Vlog. Wir machen jetzt gerade eine Zwischenpause. bis zum Catwalk. Und dann kommen wir wieder. Und wir gehen jetzt mal spazieren. Und schauen, was wir finden. Bis schnell! Okay. Wir kaufen jetzt einfach mal Eis am Löffel. Nein, das ist einfach nicht. Und wir sind vegan. Vegan? Wo steht vegan? Ah, vegan. Wir sind vegan. Wir sind vegan. Als nächstes. Ein Popstar. Eriza als Hafifimiko. Sie liegt englisch. Ja, sehr schön. Nein, nein, nein. Wo bleibst du? Bleib mal ein bisschen da. Wir bitten Piano als Sir Rufus aus Demonia. Schön. Hier was süchtig macht. Und zwar möchte ich gerne Ito, Ganyo, Rosaria, Kea und Yaramiko als die Genshin-Mates auf die Bühne bitten. Es sind fünf Personen, die das Geld alles machen. Dann würde ich euch bitten, euch einen fetten Applaus für unsere schönen Postplätze zu geben. So, Freunde, es ist Viertel nach fünf und wir verziehen uns jetzt und fahren nach Hause. Aber es hat Spaß gemacht, nicht wahr? Und es war ein schöner Nachmittag mit meiner Person. Das war eigentlich so. Wir gehen auf Halbport. Wenn euch der Bock gefallen hat, geht es einfach nur so. Schreibt in die Kommentare. Das sind gleich zwei. Wenn es überhaupt noch jemanden gibt, die es sieht, die es sehen. Ich denke gerade wie so ein Hilfsberuf, wenn da draußen noch irgendjemand ist. Wenn ihr noch da seid, meldet euch. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Macht's gut. T Untertitelung des ZDF, 2020